Der Glücksbringer von Roy's Entjens. Und auch sehr besonders bei Flandern, viel Kopfsteinpflaster, das Damien mit einem extra Bandfest. Das ist mein Glücksbringer, ja, von meinem Sohn. Von deinem Sohn? Ja. Ist das ein Handgelenk? Nein, das war in einer oder anderen Verrassung, ich weiß nicht. Fällt das ab oder ist fest? Er hat mir das gegeben und er hat gesagt, du musst das mitnehmen mit die Ronde von Vlaanderen. Ah, cool. Dann habe ich das an die Wabel, habe ich nichts gemacht. Vielleicht bringt das ein bisschen Glück, he? Top, hab ich ganz gut gemacht. Okay, Glück. Was machst du da rein? Machen wir jetzt ein Mineral rein und dann noch einen Tee. Bei dem Tee bereiten wir dann erst vor, dass die Jungs auf warmen Tee bekommen, nicht kalt. Zu essen, isst du? Und essen, da haben wir mal Silberlinge, speziellos Italien einfliegen lassen von Vitorio. Und dann haben wir noch ein paar Gels, ein paar Crunchyfit. Und das war's eigentlich schon. Crunchyfit, das Gel und so ist vom Multipower, ne? Genau. Vom Sprungsaugel. Wir sind jetzt hier im Zielbereich von der Ronde von Vlaanderen und warten auf unsere Jungs mit hoffentlich 15er Platzierung. Schauen wir mal, Torsten, Tancho und Paulin sind jetzt schon da. Schauen wir mal, Torsten, Tancho und Paulin sind jetzt schon da. Schauen wir mal, Torsten, Tancho und Paulin sind jetzt schon da. Nach dem Glas. Na plat? Ja, bel的. Ja, Belueg. Das sind wir. Die Fotos haben eine Hand geessen. Heuter gut. Hallo willkommen. Ja, Hab